Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, mein Vater fährt ja Bus, so ein Transporter. Das ist ein kleiner Bug, sorry, kann ich nichts für. Und ja, hab ich mir gedacht, Julian, Julian, so ein Bus fährt mein Vater genau der gleiche. Ja, also, außer, dass da jetzt irgendwas draufsteht an der Seite. Aber genau so einer fährt der. Und dann hab ich mir gedacht, ach, frag doch einmal, ähm, der, ähm, solche Fahrzeuge kreiert. Hab ich ihm angeschrieben, hat er gesagt, Julian, das kann ich für dich machen. Und dann hat, haben wir uns zusammengetan und der wird jetzt für mich, weil ich auf meinem Laptop jetzt, ähm, Eurotox Simulator 2 spiele, ähm, wird der schon ein paar Autos für mich machen. Und dann werde ich die so testen. Und dann, ähm, bin ich gespannt, also, das ist ein richtig geiler Wagen. So ein Vater, mein Vater auch. Nur, dass bei der linken Seite man die Tür nicht aufmachen kann, nur bei der rechten. Und da steht nicht, hey, Mercedes drauf. Das hat er einfach mal dahingetan. Aber, ich hab gesagt, du kannst da zum Beispiel das drauf tun. Und dann, ist mir egal. Aber da muss schon so grau sein, so. Hat er gesagt, gut, das kann ich machen. Und dann, ja. Ähm, auf jeden Fall ist das genauso wie in dem Bus von meinem Vater. Ein Rennsportlenkrad und so. Da hat es genauso viel PS wie mein, dem Bus von meinem Vater. Ähm, ja, also, ich finde es geil, Leute. Das ist genauso wie in dem Bus von meinem Vater. Ich finde es cool. Äh, guck mal, hier. Alles, das Navi, das ist, die Dinger. Äh, das ist genauso wie in dem Bus. Ich kann es nicht glauben, dass das wirklich... Und wir haben uns jetzt zusammengetan, er hat mir das... Der hat mir den gegeben und gezeigt, wie gut er sowas kann. Dann hab ich gesagt, gut, wir tun uns zusammen. Und, ja, ich bin echt, äh... Ich muss jetzt einfach ein Video darüber machen. Ich bin, puh, ich bin auf der höchsten Pylone der Welt. Das ist echt krass, dass der das genauso geschafft hat. Ja, aber ein Danke. Danke. Wirklich. Dafür ein Like, dass der das genauso hingekriegt hat wie der Bus von meinem Vater. Also, echt krass. Genauso. Oh, ich hatte, also, wenn man jetzt nach hinten guckt, dass es unsichtbar ist. Also, durchgucken kann, das. Aber das ist nur ein kleiner Pack. Kann er nix mehr, der hat den genau... Ich ins Kale, Leute. So. Also, ich wollte ihn einfach nur so vorstellen. Pff, ja. Eine Runde fahren und so. Ja. Also, der gibt auch genau, ja, soviel Gas. Ja. Aber krass. Boah, komm. So. Ich hab den jetzt ausgefahren. Und der ist fantastisch. Super. Ich weiß nicht, ob der... Was kann so nicht fahren? Ähm, mein Vater hat hinten noch so eine Anhängerkupplung. Ähm, der hat die nicht dran. Glaub' ich. Weiß nicht. Ja. Auf jeden Fall. Nee, hat er nicht. Okay. Ich in den waren geil. Ich in den fantastisch. Ich... 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 Meine Sprache ist weg. Ja, okay. Das war's mit dieser Mod-Vorstellung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, kostenlos abonnieren. Und die Glocke aktivieren, um keines meiner Videos zu verpassen. Meine Sprache ist weg. Ich bin raus. Viel Spaß mit dem Lied. Euer William. Ciao, ciao. Hallo. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020